Einmal im Jahr findet er statt, der SKS Mountainbike Marathon. Dieses Jahr wollten auch wir einmal dabei sein. Doch uns interessiert dabei nicht die Zeit, sondern schöne Bilder. Zwei kleine Actionkameras und eine im Rucksack sollen sie liefern. Körperlich anstrengend wird die ganze Sache wohl trotzdem. Wenn die Basskicks... Untertitelung des ZDF, 2020 Auch ein Fun Marathon kann gefährlich sein. Konzentration und Rücksichtnahme sind deshalb unerlässlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Der erste richtige Berg noch in Sundan, Dieselmöck, ist zugleich auch die eigentliche Startlinie. Musik Musik Irgendwo in diesem Startfeld muss auch ich stecken. Trotzdem finde ich mich hier nicht wieder. Egal wie, für die Filmaufnahmen hier so hat Gartner Klaus. Musik 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 Dies ist ein Mountainbike-Rennen, was bedeutet, dass wir die feste Straße verlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie die Fahrt weiter verläuft, sehen Sie in einem der nächsten Filme. Schauen Sie mal rein.